Ein Soldatenvideo von der Front in Afghanistan, in der Nähe von Kunduz Ende Oktober 2010. Vier Tage kämpfen Männer des 313. Fallschirmjägerbataillons mit den Taliban. Hammersack, Operation Blitz, heißt der Einsatz. Dann ziehen sich die Taliban zurück. Wie weit ist das weg? Wie weit ist das weg? Wo ist der Feind? Drawer aus. Der Feind hat 20 Tote und mindestens so viele Schwerverletzte zu beklagen. Auf deutscher Seite gibt es diesmal nur Leichtverwundete. Die Fallschirmjäger aus Seedorf im Kampf mit dem Feind. Es geht um Töten oder getötet werden. Der Scharfschütze des Zugs ist erfolgreich. Ein kurzes Zischen nur, dann schlägt die Granate ein. Abgefeuert aus einer RPG, einer Panzerfaust. Bilder von kämpfenden Bundeswehrsoldaten während eines Gefechtes in Nordafghanistan. Der Feind ist kaum zu erkennen. Irgendwo da hinten, zwischen den Häusern. Einige hundert Meter entfernt. Der war genau auf dem Dach. Von dem Dach haben die geschossen. Für die Fallschirmjäger aus dem niedersächsischen Seedorf ist das ihr erstes Gefecht. Ihr Einsatz hat gerade erst begonnen. In den nächsten fünf Monaten werden sie jetzt fast täglich unter Feuer genommen. Die Männer des Golfzuges müssen kämpfen und werden töten. Drei von ihnen kommen nicht mehr nach Hause. Wenige Tage später werden sie fallen. Am 2. April 2010, dem Karfreitag. Erstmals gibt es Bilder des Gefechts vom Karfreitag. Nach einem Taliban-Angriff haben sich die Soldaten des Golfzuges nach Isakel zurückgezogen. Einem Dorf knapp sechs Kilometer vom deutschen Lager in Kunduz entfernt. Mitten im Taliban-Gebiet. Es sind 32 Männer. Von der Kompanie und dem Nachschub abgeschnitten. Handeln unter Extrembelastung. Es dauert eine Stunde, bis die Soldaten des Golfzuges den Feind ausmachen, wissen von wo geschossen wird. Am Ende kämpfen die Fallschirmjäger neun Stunden lang. Neun Stunden Todesangst. Am Karfreitag hat der Golfzug seinen ersten Verwundeten gleich zu Beginn des Gefechtes. Doch es dauert Stunden, bis dieser unter Lebensgefahr aus der Schusslinie geborgen werden kann. Dabei wird Robert Hartert angeschossen. Der stirbt zwei Stunden später im PRT Kunduz, dem deutschen Feldlager. Die Fallschirmjäger geraten so unter Druck, dass sie sich zurückziehen müssen. Dabei kommt es zur Katastrophe. Einer der gepanzerten Dingos fährt auf einen ferngezündeten Sprengsatz. Nach neun Stunden Dauerfeuer geht Mario und seinen Männern langsam die Munition aus. Einige der Gewehre fallen wegen Überhitzung aus. Menschen, die sich zurückziehen, können Sie zum Beispiel die Schusslinie geöffnet werden. Die Mauswärte werden von der Schusslinie geöffnet. Nach neun Stunden Dauerfeuer geht es um eine Schusslinie geöffnet. Die Schusslinie macht den Gepflex. Untertitelung des ZDF, 2020